Hi, hier ist Joel vom Relay Team und im heutigen Video will ich dir zeigen, wie du Bitcoin aus der Relay App versenden kannst. Um zu starten, musst du die Relay App einmal installiert haben und bereit haben. Öffne diese dann und du wirst jetzt die hier gleich neben mir sehen. Und sobald die geöffnet ist, gehen wir im Hauptmenü, das ist der blaue Plus-Button in der Mitte des Screens rein und klicken auf Versenden. Sobald du auf Versenden geklickt wirst, erschrecke nicht, öffnet sich die Kamera deines Handys, denn um Bitcoin zu versenden, musst du natürlich eine Empfangsadresse haben. Wenn du das jetzt von einem Freund bist oder vielleicht sendest du jemandem aus der Familie etwas Bitcoin, dann wirst du meistens einen QR-Code erhalten. Wenn das nicht der Fall ist, hast du gleich unterhalb der Kamera-Funktion die Möglichkeit anzuklicken, dass du einen Text manuell einfügen willst, je nachdem was du jetzt hier machst. Ich sende jetzt hier in dem Fall via QR-Code und sobald ich den gescannt habe, komme ich dann zum nächsten Fenster. Sobald du die Adresse gescannt hast, wirst du dann zum nächsten Fenster kommen, wo du gefragt wirst, wie viele Euro oder Bitcoin, je nachdem wie du die Einstellungen in der Relay App hast, senden willst. Nachdem du den Betrag eingegeben hast, kommst du auf die Übersicht, wo du genau nochmal deine Details siehst. Du siehst dort, wie viel Euro, Bitcoin oder Schweizer Franken, egal was du senden willst. Nochmals, kommt darauf an, wie du es eingestellt hast. Was die Empfängeradresse ist, bitte überprüfe dir vor dem Absenden auch. Und wie die BTC-Netzwerkgebühr momentan aussieht. Und dort könntest du sogar, wenn du das Bleistift rechts der Gebühr anklickst, reingehen und wählen, ob du diese schneller versenden willst. Bedeutet, du zahlst ein bisschen mehr Gebühren. Oder längsamer, wenn du die Gebühren sparen willst und die Zeit eigentlich keine Rolle spielt. In dem Fall gehe ich jetzt aber einfach mal mit der mittleren Gebühr. Wenn du happy bist mit dem, kannst du dann auf jetzt senden klicken. Dann wird die Transaktion erstellt. Du wirst danach dann eine Volksnachricht sehen und kannst anhand von dem dann auch diese Bitcoin an die andere Adresse senden. Wenn du Fragen hast oder etwas unklar ist, lass uns einen Kommentar unterhalb des Videos. Und ich wünsche dir nun viel Spaß beim Versenden der Bitcoin und wir sehen uns dann schon bald wieder.